Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Willkommen zu einer neuen Folge von Team Ulire 1v1s Ähm.. Jaaa, perfect, easy So! Ähm.. Jaa... Ich.. Ich muss sagen, ich freue mich einfach mega auf meinen Urlaub ich fahre wir fahren heute nacht Ich muss jetzt noch ein paar videos ballern weil ich habe bisher erst drei oder so ich kann halten ich habe Noch ein bisschen was zum rendern für startklar aber das muss ich halt alles auch noch machen und das kann ich halt Theoretisch kann ich das während des streams machen aber ich finde halt irgendwie ist es blöd Insofern wenn ich sowas im stream mache als das dann nicht mehr die Garantie da ist dass da immer noch die gleiche qualität Also die gleiche qualität halt ist oder dass ich halt dezente frame drops teilweise haben Ich weiß noch bei rainbow bei rainbow hatte ich immer dabei die übertrieben frame drops wirklich so frame drops my life Bei minecraft geht das meistens einigermaßen aber ich meine Wenn man es umgehen kann dann sollte man es halt nicht machen unbedingt Ich weiß auch gar nicht ob ich es schaffe heute streamen einfach nur oder nice arrange it um ich glaube ich weiß nicht weil ich bin heute mit dem freund noch essen und ich war gerade ab im bist mit dem kumpel Ja also Ich habe ich war gerade mit noch ein paar freunden in der bomb ist würde ich schon mal Die aus meiner klasse haben mich halt gefragt ob ich bock habe mitzukommen und ja Das war ganz lustig was wir so bei meiner klasse da gibt es zwei möglichkeiten Entweder du wirst verprügelt oder du wirst halt verprügelt Nee eigentlich ist es mehr du verprügelt oder du wirst verprügelt aber da wirklich niemand die eier hat sich mit mir anzulegen weil ich maschine bin Ist das alles geht das ganze fit Aua das ist so Jo little wenn es euch gefallen hat würde ich nicht ultra über like abo komite c freund bis dann Ciao